Minecraft, aber ich darf kein Holz abbauen. Diese Challenge kommt aus den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann schreibt gerne weitere Challenge-Ideen in die Kommentare. Am besten wäre jetzt natürlich eine Wüste oder ein Dorf oder sowas. Weil man in der Wüste am besten an vertrocknete Sträucher rankommt. Und damit dann auch an Holzstücke. Ich würde da jetzt aber erstmal ein bisschen Essen mitnehmen. Und da hinten ist ein Dorf. Okay, das ist gut. Vielleicht finde ich da gute Sachen in den Kisten. Vielleicht auch eine Spitzhacke oder sowas. Ansonsten könnte ich es auch probieren, mir Holz zu sprengen. Mit TNT oder einfach einem Creeper. Also, das ist ja nicht abbauen. Für noch mehr Essen. Vielleicht finde ich hier auch ein Crafting-Table noch. Hier ist noch eine Kiste. Dann nehme ich jetzt noch den Golem mit. Ähm, sowas nicht geplant. Endlich. Da ist ein Creeper, aber ich habe kein Schild. Woher kommt der? Wo ist er überhaupt jetzt hin? Hä? Da war doch gerade irgendwo ein Creeper. Weil mit dem könnte ich dann hier schon mal ein bisschen Holz haben. Aber wo ist der jetzt hin? Ist der hier aus der Höhle gekommen? Dann hole ich mir jetzt noch ein paar andere Betten. Zur Sicherheit, man weiß ja nie, wie viel man braucht. Keine Ahnung. Ich kann es ja mal probieren. Vielleicht ist da gerade irgendwo ein Creeper. Dann kann ich den anlocken. Und der kann dann Holz sprengen. Da hinten ist einer. Komm. Komm her. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einen schönen Platz für einen Baum. Das hat ja super viel gebracht. Da ist noch einer. Komm jetzt. Sehr gut. Aber wie viel ist das jetzt? Nur eins? Naja, egal. Eins ist besser als keins. Erstes Rüstungsstück. Ich suche jetzt erstmal eine Wüste. Ich gehe mal da hinten zu diesem Portal. Vielleicht gibt es da ja was Spannendes. Ja, egal. Jetzt laufe ich erstmal weiter. Vielleicht finde ich ja noch was irgendwie Besseres. Es fällt mir schwer, kein Holz abzubauen. Oh, und da ist richtig viel Eisen und Kohle. Ich lasse das mal zur Sicherheit stehen, falls ich sterbe oder so. Keine Ahnung, warum ich sterben sollte, aber man weiß ja nie. Okay, ich dachte, unter mir ist Wasser, aber ja. Ups. Ist da hinten eine Wüste oder ist das einfach nur ein Strand? Aber ich glaube, es ist nur ein Strand. Ich kann ja trotzdem mal schauen. Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Ne, scheint mir nur ein Strand zu sein. Lohnt es sich, da reinzugehen? Ich weiß es nicht. Ich mache mal lieber so. Vielleicht finde ich irgendwas Gutes. Schnell mein Zeug holen und wieder weg, würde ich mal sagen. Gut, dass die jetzt im Wasser sind. Einfach ganz schnell wieder dahin gehen. Immerhin habe ich noch das hier. Wo ist das alles hin? Dann logge ich die jetzt erstmal wieder ins Wasser, so wie vorher. Das scheint mir eine ganz gute Taktik zu sein. Sehr gut. Was macht denn der da? Bevor die jetzt alle wiederkommen, gehe ich erstmal hoch. Okay. Hilfe. Wenn ich jetzt Glück habe, dann habe ich Holz bekommen. So. Ihr seht mich nicht und ich bin nicht da. Einfach, einfach ins Wasser. Oh, das schaffe ich nicht. So. Okay. Geht weg. Dann hole ich jetzt mein Stuff wieder. Immerhin ist der Effekt jetzt weg. Endlich. Erstmal alles schön einsammeln. Tschüss. Holz. Sehr gut. Super. Okay. Noch mehr Holz. Oh, nee. Du. Geh. 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 So, ist besser. Dann habe ich nämlich mein Zeug wieder. So. Da. Das hier nehme ich noch mit. Noch ein bisschen Wolle für vielleicht noch ein Bett. Steht halt immer noch da. Geh. Okay. Seine Mission habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Und ein Skelett. Geh. 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 Nein, jetzt ist mein Zeug da oben. Das war nicht schlau. So. Kartoffeln. Weizen. So schnell wie möglich. Weg hier. Zu diesem Portal da hinten. Super. Hier ist auch eine Kiste. Bisschen Eisen. Sehr gut. Feuerzeug. Ja. Ich glaube, das ist gut. Ist okay. Wo ist mein Eisen? Okay, das suche ich noch schnell. Und wenn ich es nicht finde, ja, blöd gelaufen dann halt. Vielleicht sollte ich es lassen, bevor ich noch mehr Items verliere. Dann räume ich jetzt mal kurz hier mein Inventar etwas auf. Ja, mein erstes Holz ist auch weg. Naja, aber egal, dafür habe ich jetzt mehr Holz. Aber jetzt sollte ich bald mal an Stein rankommen. Bin ich jetzt irgendwie im Kreis gelaufen? Egal. Nehme ich auf jeden Fall. Hä? Wieso sind da so viele Feuerzeuge drin? Ähm, ja. Wunderschöne Goldrüstung auf jeden Fall. Also ein Dorf wäre jetzt auch noch schön. Ich mache mir jetzt eine Spitzhacke. Und vielleicht hätte ich auch Eisen oder so nehmen können. Aber das vom Bolem ist irgendwie weg. Deswegen muss das jetzt auch so gehen. Endlich Stein abbauen. Ich würde die jetzt auch noch so lange benutzen, bis die abgenutzt ist. Weil so viel Holz habe ich jetzt aber wieder nicht. Neh. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Noch ein... Ach ne. Okay. Das muss jetzt was heißen. Aber... Wollt ihr noch ein paar zwei? Schreibt es in die Kommentare. Liked und abonniert für mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.